Hallo und Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Wheel Farming IS-1922T auf der Grünfelderland. Ich hau da jetzt noch die eine Palette drauf, du kannst den Tatra schon mal holen, an den Strautmann. Hast du den LKW? Ja. Oder, warte mal, ihr könnt eigentlich auch den hier nehmen. Dann noch ein Spanje dran. So Kann es los Okay Dann bis nachher Ciao Ciao Den Ladewagen abholen Ich weiß nicht wer sagt der da so bremst Hoffentlich fährt er nicht in Blitzer 3.000 Euro Wir haben drauf 2, 4, 24 Es gibt fast 80.000 Minimum 80.000 Das wird gut Das wird gut So Und dann Muss ich auch noch Gucken Ob der Krüger dann Den Kalk aufs Feld bringt Das wäre nämlich gut Wenn er das machen könnte Das wäre gut Ah, ich könnte den Oberhauser mal noch fragen. Ah, nee, warte, ich habe den Krüger schon gesagt, er soll mir alles durchservicen. Bin ich mal gespannt, wann er das macht. Mal gleich nochmal fragen, wenn ich ihn sehe. Okay. 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 Mal gleich. Okay. Mal gleich. Okay. Mal gleich. kann man gucken wo der rum springt bisschen ordnung hatte hier hallo hallo wo ist denn der auto steht da serien steht da klingeling ja krüger guten tag ja ist okay serien brauche ich habe mein eigen okay ja und über was hatten wir das letzte woche gesprochen das angebot war für kalken kalken oder düngen kalken das würde ich in anspruch nehmen okay wenn ich melden sobald ich halbwegs das stroh runter okay gut dann weiß ich bescheid bis dann wieder hat er jetzt eine lkw genommen ich muss ja noch zum die zum metzger ich muss ja die die schweine noch abladen und diesel wollte ich auch noch abholen nicht den herrndiesel sondern diese mir läuft wieder alles für eine zeit davon ich habe wieder zu nichts für nichts zeit da ist jetzt mal ein bisschen stroh einsammeln hoffen dass der oberhauser relativ flott wieder hier ist der hat ja zum guten lkw das geht richtig so schnell unterwegs und dann kann er nachher weiter stroh sammeln ich muss auch mal noch und wenn man gerade überweisen klingeling klingeling klingel Jo, Volker, ja, servus. Servus. Du, ich hab da gerade mal für die letzten zwei Wochen überwiesen. Hab ich gerade gesehen. Gut. Was ist da? Ähm, wo bist denn du gerade? Ich bin gerade auf dem Weg ein bisschen Gülle verkaufen. Okay. Ähm, ich hab nämlich vergessen... Moment kurz. Ich hab nämlich vergessen, die Schweine abzuladen. Oh je. Ja, ähm... Dein LKW ist am Hof? Meiner? Ja. Mit dem bin ich gerade unterwegs. Ah, okay. Äh, 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 äh... Ja, ich... Ja, okay. Äh, 9, 4... Moment. 15... ...24... Ich muss kurz mitrechnen. Ich trete gerade Überweisungen rein. Was soll eigentlich... Warte mal. Ja, okay. Ja, passt. Ähm... Ja, okay, dann mach ich das nachher. Alles klar. Ähm, sobald der... ...der Opa hauswitter da ist. Alles klar, mach das. Na gut. Bis später mal. Bis später. Ciao. Ciao, ciao. Äh, warte. Jo. Hast du einen Ladewagen? Mit dem ist Stefan Müller gerade unterwegs. Mit meinem Johnny und deinem Frontlader am Bau plus, äh, Baumgabel. Also die Poltergabel. Ah, okay. Passt. Danke. Ciao. Bitte. Ciao, ciao. Gut, passt. Dann kommt er ja auch mit dem Ladewagen. Dann ist er... Äh, supi. Supi, supi, supi. Dann sind wir hier gleich... ...zu zweit am machen. Am laden. 60.000 bis jetzt. Das könnte eigentlich noch nicht alles sein, oder? 62.000. Äh, warte. Wie oft haben wir ausgerechnet? 24 mal 3. Nicht ganz 3. Ja, könnte hinkommen. Können wir hinkommen. Ah, da ist er ja. Ah, da kann nochmal was. Ja? Ja? Ja, ich muss gerade mal ein Foto machen. Hä? Ich muss ein Foto machen. Ja. Danke. Äh, erstmal bei mir ins Hof, Silo. Ja. Und dann kannst du dir nachher da was rausnehmen. Da werde ich mir so einen großen Stück mega an die Nummer kurz klauen. Ja, der ist der von Krüger, aber kannst du dann für eine Tour nehmen. Ja. Passt. Passt. Ciao. 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 Perfekt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming LS19 meets Reality um 16 Uhr auf meinem YouTube-Kanal. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss.